BR 2018 und Verbrecher Wir sind da, wo keiner zu schlagen Wie da nur büte sie fliegt Genster, Genster Wir sind da, wo keiner zu schlagen Genster, Genster Wir schlagen wie da nur büte sie fliegt Ist was passiert? Es passiert immer was Einbruch, Diebschlägereien Und solange das so bleibt Leute, das ist mit dem Chlorgas, das ist total gefährlich Wir teilen uns auf Gibt es jede Menge Arbeit für die Pfeffer-Körner. Wo das packt? Und wo sie ermitteln, was? haben es die Gauner schwer. Die Kinder haben recht. Was? Ruf sofort die Polizei. Freut euch auf die neuen Pfeffer-Körner. Ja, in Zusammen.